Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs, wenn es um deine Finanzen geht, erlebst du vielleicht einige ungewöhnliche und edle Impulse. Sei vorsichtig und halte deinen Geldbeutel fest, denn du könntest den Drang verspüren, dein Geld zu verschenken oder einen großen Betrag für etwas Unnötiges auszugeben. Überlege dir stattdessen, wie du deine finanziellen Mittel sinnvoller einsetzen kannst. Anstatt dich ausschließlich auf Geldspenden zu verlassen, solltest du darüber nachdenken, deine Zeit und deinen Einsatz für die Bedürftigen zu spenden. Deine Anwesenheit und Unterstützung kann einen großen Unterschied machen. Wenn du dich bewusst für eine neue Gewohnheit entscheidest, ist das wie das Umschlagen einer Seite in einem Buch. Die heutige Energie bietet dir eine hervorragende Gelegenheit, gesunde Gewohnheiten einzuführen, vor allem in Bezug auf deine Ernährung und Bewegung. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht nach einer großen Veränderung aussieht, können kleine Anpassungen wie die Reduzierung des Milchkonsums und die Erhöhung des Wasserkonsums dich auf den Weg zu einem stärkeren und gesünderen Immunsystem bringen. Deine Kraft liegt darin, deine Entscheidungen zu bewerten und zu handeln. Deine vorausschauenden Ideen sind zwar lobenswert, aber sie könnten noch verfeinert werden. Suche den Rat und den Beitrag anderer, um deine Pläne weiterzuentwickeln und zu verbessern. Zusammenarbeit und Partnerschaft können neue Perspektiven und Ressourcen bringen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Denke daran, dass du das Rad nicht neu erfinden musst, wenn du Zugang zu wertvollen Ressourcen und Unterstützung hast, die dir helfen können, mit Leichtigkeit voranzukommen. Du bist derzeit sehr gefragt und die heutige astrale Ausrichtung verstärkt deine Anziehungskraft und Attraktivität noch. Wenn du dir über deine Chancen bei einer bestimmten Person Gedanken gemacht hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um deine Gefühle zu zeigen. Lass sie oder ihn nicht nur wissen, was du für sie oder ihn empfindest, sondern auch, wie du dich fühlst, wenn du sie oder ihn aus der Ferne siehst. Deine natürliche Anziehungskraft wird sie näher zu dir ziehen und die Verbindung zwischen euch kann sich vertiefen. Das Quadrat zwischen Zwillingsmond und Neptun schafft eine Kulisse für emotionale Spannungen und potenzielle Dramen. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir vielleicht nicht immer die ganze Wahrheit einer Situation hören oder verstehen. Die kosmische Energie, die uns umgibt, erhöht die Sensibilität und kann dazu führen, dass die Menschen das Schlimmste annehmen. Es ist wichtig, achtsam zu bleiben und die Emotionen anderer nicht aufzusaugen, denn das kann zu Depressionen und Reibereien führen. Die Wahrscheinlichkeit von Projektionen und Missverständnissen ist in dieser Zeit erhöht, deshalb ist es wichtig, aufmerksam zuzuhören und mit offenem Herzen zu kommunizieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du als Krebs vorsichtig mit deinen Finanzen umgehen und alternative Möglichkeiten in Betracht ziehen solltest, um deinen Beitrag zu leisten, zb indem du deine Zeit spendest. Nutze die Energie des Tages, um gesunde Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten einzuführen. Suche nach Rat und arbeite mit anderen zusammen, um deine Ideen zu verfeinern und deine Ziele effektiver zu erreichen. Nutze deine derzeitige Anziehungskraft und drücke deine Gefühle gegenüber jemandem Besonderen aus. Gehe vorsichtig mit den emotionalen Spannungen um, vermeide Annahmen und bleibe offenherzig in deinen Interaktionen. Nun ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die Zwei der Kelche verkörpert die Kraft der Verbindung, der Liebe und der harmonischen Vereinigung zwischen zwei Seelen. Das Bild zeigt zwei Personen, oft einen Mann und eine Frau, die einen Kelch tauschen und damit eine tiefe emotionale Bindung und das Potenzial für eine seelenvolle Verbindung symbolisieren. Wenn die Zwei der Kelche in einer Deutung auftaucht, bedeutet das eine Zeit gegenseitiger Liebe, tiefer Verbundenheit und die Aufforderung, sich auf harmonische Partnerschaften einzulassen. Heute ist ein Tag, an dem du dein Herz für bedeutungsvolle Beziehungen öffnen, liebevolle Verbindungen pflegen und die Schönheit gemeinsamer Gefühle feiern kannst. Die Zwei der Kelche lädt dich ein, die Kraft der Liebe, der Gegenseitigkeit und harmonischer Partnerschaften zu nutzen. Sie erinnert dich daran, dass du tiefe Freude und Erfüllung in deinen Beziehungen erfahren kannst, wenn du dich für authentische Beziehungen öffnest, gegenseitigen Respekt zeigst und emotionale Intimität pflegst. Heute leiten dich die Energien der Zwei der Kelche dazu an, Harmonie und Gleichgewicht in deinen Beziehungen zu suchen. Mach dir die Schönheit des Gebens und Nehmens zu eigen, übe dich im aktiven Zuhören und sei präsent mit deinen Lieben. Indem du das emotionale Wohlbefinden von dir und anderen pflegst, kannst du eine solide Grundlage für dauerhafte und erfüllende Partnerschaften schaffen. Denke daran, dass die Zwei der Kelche für eine Zeit der Verbindung, der Liebe und harmonischer Partnerschaften steht. Lass dich auf diese transformative Energie ein, denn du weißt, dass du tiefe Freude, Erfüllung und seelenvolle Verbindungen erleben kannst, wenn du dein Herz öffnest, bedeutungsvolle Beziehungen pflegst und die Schönheit emotionaler Bindungen anerkennst. Der König der Kelche verkörpert die Energie der emotionalen Beherrschung, der mitfühlenden Führung und der Verkörperung der inneren Weisheit. Das Bild zeigt einen weisen und mitfühlenden König, der auf einem Thron am Meer sitzt und einen Becher hält, der emotionale Intelligenz, Mitgefühl und die Macht, Emotionen zu beherrschen, symbolisiert. Wenn der König der Kelche in einer Deutung auftaucht, bedeutet das eine Zeit der emotionalen Stabilität, der mitfühlenden Führung und der Verkörperung von Weisheit im Umgang mit deinen Gefühlen und Beziehungen. Heute ist ein Tag, an dem du die Qualitäten des Königs in dir annehmen kannst, indem du deine Gefühle ausgleichst und anderen Führung und Unterstützung anbietest. Der König der Kelche lädt dich dazu ein, emotionale Beherrschung und Stabilität zu kultivieren. Nimm dir Zeit, um deine eigenen Emotionen zu verstehen und zu lernen, sie mit Anmut und Weisheit zu steuern. Wenn du emotionale Intelligenz entwickelst, kannst du Herausforderungen und Konflikten mit Mitgefühl begegnen und ein Gefühl der inneren Balance bewahren. Die Energien des Königs der Kelche leiten dich heute dazu an, Mitgefühl und Führung für andere zu entwickeln. Verkörpere eine mitfühlende Führung, indem du tief zuhörst, klugen Rat gibst und anderen einen sicheren Raum bietest, in dem sie ihre Gefühle ausdrücken können. Deine Anwesenheit und Unterstützung kann eine große Wirkung auf deine Mitmenschen haben. Vergiss nicht, dass der König der Kelche eine Zeit der emotionalen Meisterschaft, der mitfühlenden Führung und der Verkörperung der inneren Weisheit bedeutet. Mach dir diese Energie zu eigen, denn du weißt, dass du ein Gefühl des inneren Friedens schaffen und harmonische Beziehungen fördern kannst, wenn du deine Emotionen ausgleichst, mitfühlende Führung anbietest und deine innere Weisheit ansprichst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!